Vielleicht hattest du keinen älteren Bruder, vielleicht hattest du keine Freunde, die gut mit Frauen waren, vielleicht hast du es einfach nicht gelernt, wie man eine Frau von sich überzeugt, wie man mit einer Frau flirtet, wie man Frauen erobert. Die einzige weibliche Energie, die du wahrgenommen hast, die dir Tipps gegeben hat oder von der du irgendwas aufgeschnappt hast, war deine Mama. Und die Mama hat gesagt, sei höflich, sei respektvoll, sei immer lieb, so und so muss man Frauen behandeln. Gib ihr ein schönes Kompliment. Und, ach, ich mag Blumen, also ich fände es toll, wenn dein Papa mal eine Blume mit nach Hause bringt. Boah, okay, so muss ich das wohl machen. Das, mein Lieber, das ist alles nicht der Weg, um eine Frau zu erobern. Wir werden dir aber in dieser Folge des Freundinnen-Finden-Podcasts den Weg mit an die Hand geben, wie du eine Frau eroberst. Da werden wir einige Fehler aufzeigen, die du wahrscheinlich in der Vergangenheit schon gemacht hast und dann natürlich auch die Dinge, die du tun solltest, stattdessen. Gerade zum Schluss der Folge, also bleib dran bis zum Schluss, da geben wir dir einen besonders guten Tipp. Herzlich willkommen zum Freundinnen-Finden-Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Das ist der Podcast für Männer mit Herz. Mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik Vanave. Ganz genau. Und wir schauen uns heute an, was genau deine Hürden sind, warum du vielleicht immer noch denkst, dass deine Mutter die besten Lating-Tipps der Welt gibt. Oder warum auch du diese Blockaden hast, die du gerade hast, um auf Frauen zuzugehen und zu zeigen, wer du wirklich bist. Das sind Blockaden, die 99 Prozent aller Männer haben. Das heißt, wenn du gerade diese Folge hörst und bis zum Schluss hörst, dann hast du einen sehr unfairen Vorteil gegenüber all den anderen Männern, die nicht zuhören. Das heißt, lass uns direkt starten und bleib bis zum Ende dran. Was ist deine Mutter? Das heißt nicht, dass deine Mama dir die falschen Sachen beigebracht hat. Das heißt einfach, wir müssen sie nochmal unter einer anderen Lupe inspizieren. Denn wir merken hier in unserem Coaching immer und immer wieder, dass es da gängige Mythen gibt, Erwartungshaltungen über wie man mit einer Frau umgehen sollte, die wir einfach mal ganz genau beleuchten sollten. Also, was ist denn das Erste? Oh, das Erste zunächst mal, schau mal hier oben. Meine Haare sehen ein bisschen voller aus mittlerweile. Mal ein kurzes Update. Hey, Dominik, du siehst das gerade nicht, aber wie findet ihr es? Sieht es gut aus? Ich finde, gerade gebe ich mir eine Note 4 ausreichend, aber das wird ja immer voller. Irgendwann wird es richtig wieder so sein wie mit 25. Und da freue ich mich drauf. Zu meiner Hochzeit wird es wieder so voll sein. Also, sechs Monate noch. Freue ich mich drauf. Komme ich zu deiner Anne, zu deiner Mutter. Lass uns über deine Mama reden. Was hat sie dir beigebracht? Wahrscheinlich hat sie dir irgendeine Form von höflichem Umgang, respektvollem Umgang mit Frauen nahegelegt. Sei freundlich. Halte einer Frau die Tür auf. Wenn deine Angebetete dir gefällt, dann solltest du ihr ein Kompliment machen. Solche Erwartungen, die du auch aus dem Film, aus Hollywood-Filmen oder Disney kennst. Ist das per se inkorrekt? Nein, das ist nicht per se inkorrekt. Was daran aber knifflig ist, ist der Zeitpunkt dieser Gesten. Denn zum Beispiel ein Kompliment oder jemandem die Tür aufhalten oder die Rechnung zu splitten im westlichen Kulturkreis. Beziehungsweise für die Frau zu zahlen im westlichen Kulturkreis. Das sind alles Dinge, die nicht vom ersten Date an oder vom ersten Kennenlernen an, von der ersten Sekunde an gefordert sind. Wir denken aber, dass das bei ihr punkten wird, wenn wir es von Anfang an machen. Wenn wir von Anfang an höflich, lieb, respektvoll sind. Sie reden lassen, ihr Fragen stellen über sie und dann fängt sie an zu reden. Und wir zeigen ihr Aufmerksamkeit und geben ihr ganz viele Komplimente und sagen ihr, dass sie uns gefällt und dass wir sie gerne nochmal sehen möchten. Und dann schreiben wir auch mehr als sie, wenn es zum Chatten kommt. Und sie schreibt weniger, aber wir schreiben mehr. Wir geben uns mehr Mühe, weil mit Mühe kommt dann Anziehung. Je mehr Mühe du dir gibst, desto mehr wird sie sich von dir angezogen fühlen. Falsch. Falsch. In einer Beziehung jedoch, wenn ihr schon zusammen seid, ja dann ist es manchmal absolut notwendig, dass du dir Mühe gibst. Und wenn ihr eine Auseinandersetzung habt, wo du etwas klarstellen möchtest, dann kann es auch sein, dass man mal einen ganz langen Text schreiben muss. Wenn man sich gerade nicht sieht, weil, weiß ich nicht, sie arbeitet gerade in Stuttgart und du bist in Frankfurt und dann schreibt ihr halt mal abends. Aber das ist nicht die Norm. Die Norm ist auch nicht, dass du, dass du eine Frau durch deine Komplimente bezirzt. Die Norm ist, dass sie dich auf Augenhöhe wahrnehmen sollte. Und was heißt auf Augenhöhe? Auf Augenhöhe bedeutet, dass du dich nicht für sie verbiegen brauchst. Wenn du dich für sie verbiegst, dann sind wir schon per Definition nicht mehr auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe bedeutet, dass du ihr mal ein Kompliment geben kannst, aber auch genauso gut sie auch mal anstecheln kannst. Und das wird dir deine Mama wahrscheinlich nicht erzählt haben, dass Frauen es grundsätzlich auch mal gerne haben, dass man mit ihnen locker umgeht und sie auch mal verarscht. Sie mal behandelt wie die kleine Schwester und nicht immer wie die angebetete Prinzessin. Und auch mal die Grenzen setzt. Also die eigenen Grenzen setzen. Anstatt Ja und Amen zu sagen, weil du sie nicht verlieren möchtest. Oder weil du denkst, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Es ist erstmal wichtig gerade irgendwie, dass da Harmonie aufkommt. Anstatt dass irgendwie eine Form von Antagonismus hier irgendwie aufkommt. Von Konflikt oder so. Aber das ist halt das Mindset. Dass wir sagen irgendwie, okay, weil sie ist jetzt der Meinung A und ich bin der Meinung B. Und auf gar keinen Fall sollte ich ihr das sagen, weil das kreiert Reibung. Und dann das würde dafür sorgen, dass sie mich weniger mag. Und auf eine gewisse Weise mag sie dich mehr, wenn sie der gleichen Meinung ist. Aber das ist halt dann die Ecke von Nice Guy sein. Von der nette Junge von nebenan. Der Typ, den sie dann in die Freundschaftszone packt. Das heißt nicht, dass du unbedingt entgegengesetzter Meinung sein musst. Wenn du das nicht bist. Das heißt aber, dass du... Deine Meinung nicht verschweigen brauchst. Und gerade diese... Also würdest du einfach sagen, auch einfach Meinung A sein. Einfach ihrer Meinung sein. Einfach nur damit du Harmonie herstellen möchtest. Dann riecht sie das. Also Menschen riechen das generell. Wenn wir nicht ehrlich zu ihnen sind. Und da Frauen mehr einfach als in ihrer femininen Energie einen leichteren Zugang zu ihren Emotionen und damit auch zu ihrer Intuition haben, als wir Männer, die eher so den Zugang zu Problemlösungen haben und damit eher so rational sind. Wir haben da ein bisschen schwierigeren Zugang zu unserer Intuition. Aber eine Frau wird dann sehr schnell auffallen, dass du gerade nicht die Wahrheit sagst. Gerade einfach nur Ja und Amen sagst. Und einfach nur irgendwie nett zu ihr sein möchtest. Und ja, eine Meinung, einfach ihre Meinung teilen möchtest, weil du eine Aversion gegen Konflikt hast. Weil du glaubst, dass wenn du einfach anderer Meinung bist, dass jemand dich dann nicht mehr mögen könnte. Genau da bei dem, die Sorge, dass sie dich nicht mehr mögen könnte, kommen die ganzen Fehlerquellen ja her. Viele der Erwartungen, wie wir uns verhalten sollten, wie zum Beispiel auch Pünktlichkeit, beißen sich komplett, wenn du mit gleicherlei Augenmaß an die Sache rangehst, also auf Augenhöhe mit einer Frau kommunizieren möchtest. Weil was ist, wenn du zu einem Date pünktlich erscheinst, aber sie nicht? Sie ist eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zu spät da. Dein Wert ist Pünktlichkeit. Den hast du gelernt. Den hat die Mama dir beigebracht. Das heißt, du hast dich daran gehalten, aber sie nicht. Was jetzt? Sollte ich darauf bestehen, dass Pünktlichkeit wichtig ist, auch bei ihr? Oder sollte ich dann die zweite Maxime zurate ziehen? Und das ist, naja, ich möchte ja ein Gentleman sein. Und ich will verständnisvoll sein. Sie hatte Probleme mit XY und dann hat sie noch einen Anruf bekommen. Und dann auf der Arbeit war so viel los, deswegen ist sie erst später losgefahren. Und dann gab es auch noch Stau und so weiter und so fort. Und klar, das verstehe ich. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Aber was ist jetzt mit deinem Wert, den du gelernt hast? Pünktlichkeit. Und der ist dir vielleicht auch wichtig. Wenn sich das beißt, solltest du dann den Kürzeren ziehen, immer grundsätzlich, immer den Kürzeren ziehen, aus Höflichkeit, aus dem einfachen Grund, dass du vielleicht denkst, sie darf das, ich darf das nicht, aber ihr erlaube ich das, weil ich versuche sie ja von mir zu überzeugen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Entweder du hast deine Werte, die du an dich selber den Anspruch hegst und an deine Mitmenschen, an deine Freunde, an deine Familie, an deine zukünftige Partnerin, an die potenziellen Partnerinnen, die du triffst. Oder es ist heuchlerisch so zu tun, als ob dir diese Werte wichtig sind. Weil wenn du nur selber dich daran hältst, aber niemand anderen, also dann hast du diesen Wert nicht. Dann meinst du diesen Wert zu haben, aber du knickst ein, sobald es darum geht, diesen Wert auch mal zu verteidigen. Es ist natürlich besser, als überhaupt keine Werte zu haben, mit Sicherheit. Aber ich meine, was ist unser Anspruch? Ist unser Anspruch wirklich, dass wir uns vergleichen mit denjenigen, mit denen wir sowieso niemals befreundet sein würden oder niemals mit einer Beziehung sein würden? Nein. Unser Anspruch ist doch ein bisschen höher, oder? Wir möchten Menschen um uns schauen, auf die Verlass ist, weil wir selber diesen Anspruch an uns haben, dass es auf uns Verlass ist. Okay. Wenn das nicht der Fall ist für dich, dann ignoriere, was ich gerade gesagt habe. Aber meistens ist das einer der zu erwartenden Werte, die Männer haben, die diesen Podcast hören. Also, was tust du, wenn sie diese Regel bricht? und eine Stunde zu spät kommt. Also, wenn dir der Wert wichtig ist, dann solltest du im Mindestmaß ihr das sagen. Das muss nicht kleinlich sein. Das muss ja nicht mal besonders aggressiv oder böswillig sein oder hat sich. Das kann ja auch... Ja, richtig. Wir denken, okay, jetzt muss ich Grenzen setzen und muss ganz hart sein und lieber lasse ich es dann komplett. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Du kannst doch eine Grenze zunächst mal spielerisch setzen. Leichtherzig. Das Ganze hat ja, wie die Polizei ja auch, da gibt es Eskalationsstufen. Die Polizei, jedenfalls die Deutsche, die rennt auch nicht irgendwie zu irgendeinem Verdächtigen hin und direkt runter mit dir, runter mit dir, mit zogener Waffe, sondern die gehen erst mal hin. Na, guten Abend. Was haben wir denn heute Abend hier vor? Und die fangen erst mal ein höfliches Gespräch an. Und dann wird weiter eskaliert, wenn es nötig ist. Genau dasselbe kannst du auch machen. Das solltest du auch machen. Das heißt nicht, dass du deine Werte aus dem Fenster wirfst, sondern dass du einfach sagst, so, oh la la, okay, eine Stunde. Na, du hast Glück gehabt, dass ich hier noch eine ganz tolle Gesprächspartnerin gehabt habe, weil lange hätte ich jetzt nicht mehr gehabt. Was war denn los auf der Arbeit? Zum Beispiel. Und in der Zwischenzeit hast du dich mit einer der anderen Frauen, die da ebenfalls auf irgendwas gewartet haben oder dort gesessen sind, unterhalten. Deine Zeit ist auch wertvoll. Und das darf sie auch sehen. Das darf sie auch erfahren. Dass du da nicht wie ein braver, artiger, kleiner Junge auf sie gewartet hast, Däumchen gedreht hast, sondern ein eigenes Leben hast, das du auch genießen willst. Ja, und so ein Kommentar kann sie dann mal zum Nachdenken bringen. Natürlich, im besten Fall hast du, triffst du dich mit keiner Frau, die deine Zeit so sehr missachtet. Es kann ja auch sein, dass das ein Versehen war, aber es darf auf keinen Fall öfter passieren. In meiner Welt jedenfalls. Dann würde ich dann irgendwann weiter eskalieren und dir irgendwann sagen, du, das geht überhaupt nicht klar. Ist deine Zeit mehr wert als meine? Kann ich ja immer noch lächeln dabei, aber es wird ein bisschen höher eskaliert in der Ernsthaftigkeit meiner Aussage. Kavaliers Verhalten. Noch so eine Sache. Der Begriff Kavalier, das kommt alles aus dieser romantischen Vorstellung einer Zeit, vor 300 Jahren gewesen, in der man die Frau aus der Kutsche, man gibt ihr die Hand, damit sie ihr Kleid hochheben kann und dann geht sie unter die Treppen aus der Kutsche und muss nicht in die Pfütze steigen. Du bietest ihr ein Taschentuch, wenn sie irgendwie ein bisschen mit der Nase schneutzt. Hältst ihr die Tür auf. Hältst ihr die Tür auf, fragst ihren Vater nach Erlaubnis, ob du dich mit ihr treffen darfst. Das sind Kavaliers Verhalten wie von vor 300 Jahren. Die Zeiten haben sich geändert. Gentleman sein heißt nicht, das zu tun, was vor 300 Jahren unbedingt gold, aber es hat damit zu tun, dass du weißt, dass du als Mann durchaus einer Frau eine gewisse Art von Präsenz geben darfst, Ausstrahlung geben darfst. Das kann was zu tun haben, je nach deinem Flirttyp, mit Ruhe ausstrahlen. Gelassenheit, der Fels in der Brandung. Es kann sein, dass du sehr witzig bist, humoristisch und ihr diese beruhigende Energie schenken kannst, dass sie weiß, oh, in seiner Nähe fühle ich mich wohl, da kann ich lachen, kann ich abschalten. Ein Gentleman bedeutet es, also ein Gentleman zu sein bedeutet es, das zu erkennen, was gerade nötig ist und das zu ermöglichen. Wenn sie gerade Angst hat, weil ihr durch eine Gasse lauft und es ist 10 Uhr abends, dann braucht sie gerade das Gefühl von Sicherheit. Vielleicht, vielleicht braucht sie es nicht. Ich sage nur, falls sie Angst hat, falls du das spürst, dann braucht sie vielleicht das Gefühl von Sicherheit und was du dann tun kannst, dann kommen diese alten Gentleman-Regeln, dass du zum Beispiel, wenn ihr auf dem Seitenstreifen lauft, dass du dann auf der Seite, wo der Verkehr stattfindet, läufst, sodass sie geschützt ist von dem Verkehr. So eine kleine Gentleman-Geste ist dann durchaus auch mal angebracht. Gentleman sein ist ja auch das, was wir ja auch gerne bei uns im Coaching bezeichnen als der gütige König sein. Also das ist ja auch der gütige Mann sein. Das ist dann die Heldenpersönlichkeit von, also es gibt dieses Dreieck von, also unten links haben wir das Opfer, unten rechts haben wir den Bösen und unten links wäre dann der Nice Guy, unten rechts wäre so der Alpha und oben als Heldenpersönlichkeit haben wir den gütigen Mann und das ist ja auch das, was Gentleman eigentlich bedeutet. Also Gentleman ist der sanfte Mann und das ist ja eben genau dann das, was es aussieht. Also sanft ist einfach dadurch ein anderes Wort für gütig, weil er halt nicht hart ist, einfach nur, weil er hart sein kann, sondern er entscheidet sich aufgrund seiner Härte, aufgrund seiner Stärke, eben aufgrund seiner Macht für die Sanftheit und das ist dann die Ehrlichkeit dahinter und das ist wertvoller dadurch und eben weil du halt auch die Grenzen setzen kannst, entscheidest du dich halt dann dafür, dann auch dann sanft, gütig zu sein, um sie halt nicht irgendwie mit Härte durchzusetzen. Das ist was wir auch in einer anderen Folge von vor 700 Jahren mal mit den Neins auch ausgedrückt haben. Also es gibt halt so, wenn ich gerade irgendwie nie, oder wenn ich nie gelernt habe, irgendwie eine Grenze zu setzen oder Nein zu sagen, dann, also dann sage ich halt erstmal gar nicht Nein, dann ist, dann sage ich eher so Ja mit einer Nein-Energie hauptsächlich so. Ich sage Ja, aber ich will das eigentlich gar nicht machen und protestiere dann halt oftmals so dagegen, bin dann auch manchmal so passiv-aggressiv oder suche mir dann auch Leute, mit denen ich mich hinterrücks verbinden kann und sage dann, dass diese Person, die jetzt das von mir möchte, ja total fies ist und blöd ist und so weiter, so kommt dann auch Tratsch und so Drama zustande. Aber wenn ich dann irgendwann lerne, irgendwie Nein zu sagen, dann ist mein Nein plötzlich mit so einer Nein-Energie, weil ich dann plötzlich gelernt habe, wie viel Freiheit mir so ein Nein gibt und dass ich plötzlich ich selbst sein kann. Aber wenn ich halt durch diese Phase durch bin, durch das Nein mit der Nein-Energie, sage ich plötzlich Nein mit einer Ja-Energie und das ist dann genau das, wo ich dann auch Ja plötzlich sagen kann und mein Ja wieder oder plötzlich mehr Ehrlichkeit und mehr Kraft hat, weil vorher war mein Ja, weil ich nie gelernt habe, Nein zu sagen, nichts wert. weil ich halt keine Grenze gehabt habe. Aber plötzlich habe ich dann gelernt, dass ich auch Grenzen setzen kann und dann ist mein Ja und mein Nein plötzlich viel mehr wert. Und das ist genau das, was dann halt auch die Güte ausmacht oder die Sanftheit im Gentleman, wenn wir schon gerade davon sprechen. Genau. Es ist die Fähigkeit, Nein sagen zu können. Es ist die Fähigkeit, das Potenzial für Stärke mit dieser Fähigkeit können wir aber sehr gütig sein, können wir sehr leichtherzig sein, können wir flirty sein, können wir positiv, optimistisch, all das sein. Die alten Römer haben ja das Motto gehabt, bereite dich auf Krieg vor, damit du Frieden haben kannst. Das bedeutet es, bereit zu sein. Es heißt nicht die ganze Zeit wie so ein Asi. Ich erinnere mich in der Bundeswehr, da war ein Typ, der hat, wir saßen am Pissoir, wir saßen am Pissoir, Entschuldigung, wir standen am Pissoir, wir standen am Pissoir. Bundeswehr ist merkwürdiger Haufen. Ja, es gab da diese sehr komische Stühle am Pissoir. So, wir standen dort und einer war gerade am Pissoir und dann kam ein anderer Typ und derjenige, der da stand am Pissoir, der hat reingespuckt, der hat gerade gepinkelt und hat dann auch reingespuckt, hatte halt irgendwie ein bisschen Spuck im Mund und hat reingespuckt. Und dann kam ein anderer, hat sich neben ihm gestanden, gesetzt, hat sich neben ihm gestanden und hat ihm dann von hinten so eine Schelle am Kopf gegeben und hat gesagt, hey, das macht man nicht. Der Typ wusste nicht, also der, der ihm die Schelle gegeben hat, war ein bisschen größer, kräftiger gebaut, stark, wenn du so willst, körperlich. Der andere, der gerade da stand und gespuckt hat, der war kleiner, zierlicher und hat dann nichts gesagt. Das ist nicht Stärke. Also überhaupt nicht. Ich sag dir sogar, warum dieser spezifische Mensch genau das Gegenteil von stark war. Dieser Typ hat die ganze Zeit rumgelabert, ja, wir gehen nach Somalia, wir machen dies, wir gehen nach Afghanistan, bla, 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 bla. Der erste Marsch hat der schon zusammengeklappt, da gesessen, ich kann nicht mehr, muss abgeholt werden. Der Typ, der dem anderen die Schelle gegeben hat, der hat dann rumgeheult und musste abgeholt werden. Der war der Erste, der KDV gestellt hat, also Kriegsdienstverweigerung, war dann weg nach ein paar Wochen und aus 130 Leuten war ich dann zum Schluss alleine noch da mit 30 anderen. Also die Typen, die das Maul so weit aufreißen, das sind meistens nicht diejenigen, die irgendwas dahinter haben. Und das ist nicht die Stärke, von der wir sprechen. Also genau das ist ja in Anführungsstrichen, ja genau, es ist in Anführungsstrichen das, was wir denken, stark sei, aber es ist Schwäche, 100 Prozent, weil es ist Kaschieren seiner eigenen Schwäche mit einer Möchtegernstärke und Frauen können das einfach erkennen. Entweder sie erkennen das sehr schnell und meiden dich dann oder sie erkennen es halt nach ein paar Jahren und dann habt ihr eine total beschissene, kaputte Ehe und das wissen wir. Da bist du aber auch gar nicht in Gefahr. Das weiß ich, du bist ja nicht jemand, der so unbedingt so tun will, als ob er ein krasser, starker Macker ist. Das weiß ich. Aber das Ganze geht auch in die andere Richtung, dass du so tun willst, als seist du ein lieber, höflicher, zuvorkommender Kerl, weil Mama es so beigebracht hat. Und das ist genauso schlimm. Es ist wirklich genauso schlimm. Der Möchtegern-Macho, der ist schlimm für seine Beziehungen, weil er lose-win sieht. Also er denkt, ich gewinne hier und die andere Partei verliert. Das ist win-lose. Das bringt niemanden zum Happy-Sein auf lange Sicht, weil wir sind ein soziales Geflecht, in dem wir uns befinden. Er wird zwangsweise irgendwann mit Menschen zu tun haben, wo er dann nicht glücklich ist, dass er die anderen Menschen die ganze Zeit fertig macht. Das geht nicht. Das ist kein langfristiges Konzept. Aber genauso ist auch dein Konzept von lose-win, wo du dich aufopferst und ihr alles recht machst, um sie zu überzeugen, um zu zeigen, guck mal, ich bin ein guter Junge. Das ist genauso destruktiv auf lange Sicht, weil sie dann ebenfalls diesen Mangel an Ehrlichkeit wahrnimmt. Und wenn du dich die ganze Zeit unter Wert verkaufst, dann wird deine Umwelt dich halt auch unter Wert sehen. Und damit bist du weniger glücklich. Wenn du weniger glücklich bist, kannst du deine Umwelt weniger glücklich machen und keinem ist geholfen. Weil dann kommst du nicht mit dieser Frau zusammen und sie kommt dann vielleicht mit irgendjemandem anderen zusammen, der nicht so gut ist für sie. Also, ob du jetzt win-lose oder lose-win siehst, ist beides nicht konstruktiv. Es bringt nichts. Das Einzige, was funktioniert auf lange Sicht, ist win-win. Immer. Wenn wir auf unsere Kosten kommen und sie. Nochmal? Alles andere cancelt sich halt aus. Wir nennen es ja auch im Englischen Zero-Sum-Game. Also, wenn du plus eins hast und minus eins hast, was kommt am Ende bei raus? Aber wenn du halt plus eins, plus eins hast, dann haben wir halt eine Situation, da sprechen wir dann nicht, okay, dann kommt zwei raus. Also, minimal kommt dabei zwei raus, aber dann sprechen wir von Synergie, die dann zusammenkommt. So, dann ist eins plus eins nicht zwei, sondern elf, hundert elf und so weiter. Also, die Summe der Einzelteile wird in der Synergie größer als, also, genau, die Summe des Ganzen wird größer als die Einzelteile. Und das ist das, was Win-Win ausmacht. Und das ist das auch was, was die wahre Stärke dahinter ist. Und genau diese, genau diese Stärke, die erreichen wir zum Beispiel dann halt auch durch, durch, durch Sachen wie Verletzlichkeit, also Verletzlichkeit zeigen. so, das ist halt die wahre Stärke, weil, wenn du dir, also, wenn du dich verschließt und sagst so, ich bin, ich bin dir der krasse Macker, dann, also, wie auch gerade, wie Andi auch gerade die Geschichte erzählt hat von, von dem einen Typen und du, und du als, als Synergie, du hast bestimmt weitere, einen Sack voll Beispiele von genau diesen Menschen in deiner Umgebung und in deinem Leben, die, die ähnlich irgendwie auf, auf so hart tun, aber es eigentlich tatsächlich gar nicht sind. und genau, also Verletzlichkeit zum Beispiel ist halt genau das Gegenteil von irgendwie sich verschließen, sondern halt das Vertrauen haben in die Güte und die Menschlichkeit und, und den Menschen per se und, und in die Liebe und in das, und in die Gemeinschaft zu sagen so, guck mal, das sind die Sachen, bei denen ich unsicher bin. Guck mal, das sind die Sachen, die, mit denen, mit denen du mich verletzen könntest. Hier ist mein Herz quasi, um das mal metaphorisch auszudrücken, du, du, du legst dein Herz in die Hände des Anderen und sagst, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du keinen, keinen Schabernack damit machst. Und das ist Verletzlichkeit. Zu sagen so, du kannst mich jetzt hier verletzen, aber ich vertraue dir. Und das ist die wahre Stärke, weil genau damit, damit geben wir halt, wir müssen halt, wir müssen Vertrauen schenken, um Vertrauen zu bekommen, um Vertrauen zu haben in die Menschheit. Das ist so kontraintuitiv und das klingt so paradox, aber viele, viele der Männer, die, die zu uns im Coaching kommen, die haben Probleme mit Vertrauen. Die haben Angst davor, irgendwie sich einer Frau zu öffnen und so weiter. Das sind alles Probleme von Vertrauen. Aber was wir tun müssen, es führt kein Weg langfristig daran vorbei, als sich selber zu öffnen, das Vertrauen zu schenken. Du möchtest Frauen vertrauen, das heißt, schenk ihnen Vertrauen. Du möchtest der Welt vertrauen, schenk ihnen Vertrauen. Das ist der Weg. So be the change you want to see in the world. Sei die Veränderung, die du sehen möchtest. Und Frauen zu vertrauen heißt halt auch, dass du darauf vertraust, dass wenn sie dein wahres Gesicht sieht, also dass du eben nicht die ganze Zeit höflich adrett und respektvoll und kavaliermäßig existierst, sondern dass du halt auch mal entspannt da sein kannst, existieren kannst, ohne irgendjemanden von dir überzeugen zu müssen, dieses Risiko einzugehen, dass sie dieses Gesicht von dir sieht, das Vertrauen dann darin zu haben, dass sie dich nicht verstoßen wird, wenn sie sieht, wer du wirklich bist. Im Gegenteil. Wenn sie sieht, wer du wirklich bist und da müssen wir gleich nochmal ein kleines Addendum dazufügen, was das bedeutet, wer du wirklich bist, aber wenn sie dich sieht, wer du wirklich bist, dann gibst du ihr viel mehr die Möglichkeit, selber loszulassen und sich zu zeigen, wie sie wirklich ist. Und damit hast du von Anfang an einfach einen viel ehrlicheren Austausch, der einfach auf fruchtbaren Boden passieren kann. Was meine ich jetzt aber mit den Worten, dass sie sehen kann, wer du wirklich bist? Weil ich habe schon öfters von Männern gehört, boah, wenn sie sehen würde, wer ich wirklich bin, dann würde sie Reißaus nehmen, weil ich bin deprimiert und ich dusche mich oft nicht und ich hasse mich selber oder sowas, ich kann meine eigenen Fotos nicht sehen. Ja, gibt es viele Männer, die das ja auch sagen, mit denen wir immer wieder in der Charisma-Analyse reden. So selbstdestruktiv. Selbstdestruktiv, der Selbsthass. Das ist ja nicht, wer du wirklich bist. Genau. Das ist die Indoktrinierung, das Außen, das auf dich reingeprasselt hat über Jahre oder Jahrzehnte, was dir ein Selbstverständnis von dir gegeben hat, was einfach nicht der Fall ist. Wir sprechen hier von Männern, die zum Beispiel von ihrem Vater einfach keine Nähe hatten, wo der Vater sie eben in jungen Jahren schon einfach nicht mehr sehen wollte, hatte eine zweite Familie und ist dann einfach bei der anderen Familie geblieben. Und diese Männer haben dann, seit sie fünf sind, sechs sind, zehn, 15, einfach keinen Kontakt mehr zum Vater. Der Vater sucht keine Nähe zu ihnen. Das macht was mit dir. Oder die Mutter, die einfach nie Zuneigung gezeigt hat, nie gesagt hat, boah, ich bin stolz auf dich und mal einen Kuss auf die Stirn oder wenn du gehänselt wurdest oder gebullied wurdest, verprügelt wurdest in der Schule, dass sie dann dir Zuneigung gezeigt haben und gesagt haben, da müssen wir was machen und ich gehe zum Elternamt und oh Mann, das ist total schrecklich. Nö, die hat dann einfach drauf geschissen und gesagt, ja komm, hab dich nicht so oder schlag halt mal zurück. Und zwar einfach ihr, mehr oder weniger egal, wollte halt einfach ihre Fernsehsendungen sehen. Wenn sowas deine Kindheit geprägt hat, dann macht das was aus dir. Das ist nicht dein wahres Ich, dass du dich dann selber so unter Wert siehst, dass du denkst, ich bin nicht liebenswürdig. Das wurde mit dir gemacht. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir da viel, viel tiefer eintauchen und diese Wunden einmal genauer anschauen, weil das ist nicht etwas, was einfach mal so mit ein paar positiven Affirmationen gelöst ist. Wir sprechen hier von jahrelanger Programmierung, die du jetzt wieder umprogrammieren darfst. Und dann musst du dir das erstmal bewusst sein, hey, derjenige, für den ich mich halte, das ist ja gar nicht, wer ich eigentlich wirklich bin. In mir steckt eigentlich dieser kleine Junge, der eigentlich immer gut gelaunt war und andere anstecken wollte von seiner Begeisterung. Und der wurde fertig gemacht. Und das ist nochmal ein anderes Thema. Aber warum ich das erwähnt habe, ist der Punkt, dass sie dich in deiner Ursprungsform sehen darf. Also in der Form, in der du locker, leichtherzig, lächelnd auf andere zugehen kannst, auch mal andere verarschen kannst. Im Sandkasten, da waren alle Kids auch nicht miteinander die ganze Zeit höflich und haben Fragen gestellt. Die haben sich dann auch mal die Schippe geklaut. Das ist jetzt meine Schippe. Und dann haben sie halt selber die Burg gebaut und dann haben sie, wenn sie eifersüchtig waren, haben sie die Burg des anderen mal zerstört oder sowas. Und dann, klar, dann haben wir als Eltern ihnen das dann beigebracht und gesagt, so, das ist nicht fair, dies, das. Aber diese unschuldige, impulsgeleitete Neugier, die haben wir immer noch in uns. Und die ist schön. Wenn du dich für andere interessierst und lächelst und begeistert bist und diese Begeisterung ohne die Angst, dass du damit jemandem von Kopf stoßen könntest, zeigen kannst, das ist attraktiv. Und warum ist das attraktiv? Weil es furchtlos ist. Und Furchtlosigkeit ist attraktiv. Alles, was du furchtlos machst, ist attraktiv. Boah, der Typ, der traut sich das einfach. Das ist ihm anscheinend scheißegal, wie er rüberkommt. Das ist schon krass. Ich denke da immer wieder jetzt... Warum ist das attraktiv? Also, lass mich gerade mal reingrätschen. Warum ist diese Furchtlosigkeit attraktiv? Und du erinnerst dich, wenn du Stammzuhörer des Podcasts bist. Das Gegenteil von Angst, also Furcht, ist Liebe. Und warum ist das attraktiv? Warum ist Furchtlosigkeit attraktiv? Weil 99 Prozent der Menschen da draußen genau davor Furcht haben, wo du gerade furchtlos bist. Wo du gerade die Selbstliebe kultivierst und sagst, ich habe da Bock drauf. Ich gehe jetzt zu dieser Frau hin und sage ihr, dass sie einfach wahnsinnig atemberaubend aussieht. Und das wird sie furchtlos finden. Das wird sie krass finden. Das wird sie interessant finden, weil du nach deiner Maxime gehandelt hast. Weil du nach dem gehandelt hast, was dein Herz dir gesagt hat. Du hast dein Herz offen gezeigt und hast dich verletzlich gezeigt. Und du warst bereit, sie zu verlieren. Du hast kein Ergebnis gebraucht. Absolut, genau. Und das ist das, was... Also da werden dann einige Männer sagen so, ach guck mal, was für ein Idiot. Das hätte ich ja nie gemacht. Was auch immer dann dabei rauskommt. Das ist alles unwichtig, was dabei rauskommt. Ob sie das gut oder schlecht findet. Völlig unwichtig. Das ist Inhalt. Der Kontext ist, dass du es gemacht hast. Dass du nach deinem Herzen gehandelt hast. Und nicht nach deiner Furcht. Und ein Teil der Männer wird sagen, ach guck mal, was für ein Idiot. Oder was auch immer. Oder wenn du damit Erfolg hast, dann werden sie irgendeinen Fehler darin finden, dass es gar nicht gut sein kann, was du gemacht hast. Und werden halt irgendwie versuchen, ihr eigenes Gesicht zu wahren. Das ist halt das, wie Menschen darauf reagieren, wenn du etwas machst, was furchtlos ist. Also es wird halt natürlich dann auch eine Gruppe von Menschen geben, die das krass findet. Und die dich inspirierend findet. Und dann auch nach deiner Vorgabe dann auch handelt. Und ja, wie gesagt, dich inspirierend findet. Und konzentrier dich auf diese Gruppe, wenn du dich auf eine Gruppe konzentrieren möchtest. Aber konzentrier dich viel mehr darauf, was dein Herz dir gerade sagt. Auf die Furchtlosigkeit. Ja. Die Höflichkeit, der Respekt, den du als Anspruch an dich hast, der ist per se, wie gesagt, nicht verkehrt. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, Dominik und ich. Wir müssen aber einfach eine neue Interpretation dieser Definition mit auf den Weg geben. Weil kavaliersmäßig, habe ich vorhin erwähnt, bedeutet nicht nonstop ihr Komplimente zu machen oder nonstop ihr das Leben schöner zu machen und dabei auf dich zu scheißen. Nein, das ist nicht kavaliersmäßig. Es bedeutet, dass du das tust, was du in dem Moment als nötig erachtest für das gemeinsame Wohl, für das gemeinsame Wohl von dir und ihr. Und diese Verantwortung zu tragen, den Raum zu halten, das ist männlich. Das ist männlich. Es ist männlich, zu erkennen, was gerade nötig ist und dann das beizutragen, deinen Teil beizutragen, damit das erschaffen werden kann. Sei es, dass die Menschen um dich herum sich unsicher fühlen, dass du ein Gefühl von Sicherheit vermittelst. Sei es, dass Menschen gerade um dich herum nur schlechte Laune haben. Sieben Tage Regenwetter. Dass du dann ein bisschen Leichtigkeit mit reinbringst. Sei es, dass du mit einer Frau auf ein Date bist und sie lächelt die ganze Zeit und ist da und offensichtlich mag sie dich. Für uns ist es offensichtlich, für dich vielleicht nicht. Aber dass du das erkennst und dann den Schritt gehst, der nötig ist, damit ihr zwei noch intimer miteinander werden könnt, dass du zum Beispiel ihre Hand nimmst. Dass du sie zum Beispiel küsst. Das Ganze kann man super respektvoll machen. Du kannst sogar fragen. Du kannst sagen, du schaust gerade so aus, als ob du gerne hättest, dass ich dich küsse. Was kann man sagen? Weil wenn sie dann dir sagt, ja, ich weiß nicht, ja, gerne. Oder sie zeigt, dass sie das schon möchte, aber sich selber nicht traut. Naja, mein Lieber, respektvoll ist es dann nicht zu sagen, okay, okay, sie hat mich nicht geküsst, also interpretiere ich, dass sie das nicht will und dann mache ich es auch nicht. Das ist nicht respektvoll. Respektvoll ist es, zu erspüren oder zu erfragen, herauszufinden einfach, was gerade nötig ist und dann das zu tun, was nötig ist, damit es euch beiden gut gehen kann. Beide. Beide. Es ist genauso wie in der Kiste. Beim Sex ist es genauso wichtig, dass du erspürst, was gerade nötig ist. Ich meine, wie soll man sonst ein so komplexes Wesen wie eine Frau zum Höhepunkt bringen, als wenn man nicht genau weiß, was gerade nötig ist, damit sie zum Höhepunkt kommen kann? Da musst du in sie hineinspüren, was ist denn gerade das, was sie möchte, was sie braucht, damit sie zum Höhepunkt kommen kann. Und manchmal kannst du da auch ganz konkret fragen. Wenn du es nicht weißt. Gefällt es dir so? Soll ich es lieber so machen? Lieber so. Wir nehmen so viel Verantwortung auf unsere Schultern. Wir denken, wir müssten der liebste, freundlichste, zuvorkommendste Mensch für Frauen sein. Und wir vergessen, dass zur Verführung zwei Menschen gehören. Das bedeutet nicht, dass du jetzt erwarten kannst, dass sie die ganze Arbeit macht. Aber es bedeutet, dass du sie auch einfach mal fragen kannst. Sag mal, wie möchtest du eigentlich gerne verführt werden? Es bietet den Raum, dass ihr zwei euch gemeinsam auch aufeinander einlassen könnt. Aber dieser Raum existiert nur, wenn du ihn erkennst und das tust, was nötig ist, damit ihr zueinander kommen könnt. Manchmal ist das komplett kontraintuitiv. Meine Partnerin, und da ist sie nicht die Einzige, ist Gegenbeispielsortiererin. Wenn sie gefrustet ist von der Arbeit und ich helfe ihr und ich sage ihr, okay, guck mal, aber das könntest du machen und das könntest du machen und da hat es doch ganz gut geklappt, versuch es doch so. Das ist nicht, was sie will. Es heißt aber auch nicht, dass ich mir einfach nur anhöre, was sie erzählt und ich bin einfach nur emotional da für sie. Das kann manchmal das sein, was sie braucht. Manchmal braucht sie konkrete Lösungen, manchmal braucht sie emotionalen Support, aber weißt du, was sie meistens braucht? Dass ich einen Witz mache, dass ich sie zum Lachen bringe, dass sie sich einfach wieder gut fühlt und in der Leichtigkeit kann sie dann auch selber ihre eigene Ressource aktivieren und die Lösung für das Problem selber finden beziehungsweise vielleicht weiß sie es schon und es dann aber auch angehen. Und manchmal bringt man Menschen auch zum Lachen, indem man ein bisschen Stiche stichelt, freundlich, charmant stichelt. Das Problem ein bisschen größer macht. Ja. Einfach auch, das ist eines der Flirt-Elemente, die wir dir in der Flirt-Masterclass beibringen. Genau. Das Vergrößern der ganzen Sache. Da entstehen lustige Dinge. Und gerade nochmal ein Punkt dazu, dass du ja auch Fragen stellen kannst im Bett. Wenn Frauen sich darüber beschweren, dass Männer nicht nach dem Weg fragen, dann meinen sie nicht nur den Straßenverkehr. Dann beschweren sie sich darüber, dass du nicht in diesem anderen Verkehr, den Menschen haben, auch nicht nach dem Weg fragst. Wenn wir eine Sache im Leben machen, so machen wir alles im Leben. Und ja, also eine Frau dann da, also nicht nur Frauen, sondern Menschen einfach, die gerade irgendwie frustriert sind, ein wenig Offenheit, Liebe schenken. Und Liebe schenken ist halt nicht nur einfach, das ist situationsabhängig. Das findest du heraus, indem du es tust. Indem du nicht einfach nur irgendwie dahin kommst und eine Umarmung schenkst oder ein Ohr schenkst, sondern halt vielleicht auch mal die Situation ins Lächerliche ziehst. Damit durch das Lachen sich einfach neue Synapsen oder neue Synapsen verknüpfen, aber auch irgendwie, dass da Rezeptoren frei werden und die Person ihre eigenen Ressourcen aktivieren kann und die Lösung auch sich selbst herausfindet. Weil auch du hast die Lösung zu deinen Problemen schon. Das ist ja genau das, was wir auch machen. Übrigens flirtanalyse.de, wenn wir dir dabei helfen sollen. Wir geben dir nicht irgendwie Sprüche oder Tipps oder Strategien an die Hand, die halt noch mehr Persönlichkeit, also falsche Persönlichkeit dir überstülpen, dass du noch weniger du selbst bist, sondern genau das Gegenteil. Wir helfen dir dabei, Dinge zu verlernen, die einfach nicht zu dir gepasst haben, damit wirklich dein wahres Selbst daraus kommt, dein wahres charismatisches Selbst, charismatisches Selbst, was jetzt schon in dir steckt. Aber das ist halt so verschüttet von all diesen falschen Regeln und von Sachen, die dir deine Mama beigebracht hat, die halt in einem Kontext wahr sind, aber halt nicht für dich als Mann funktionieren und die halt auch keine Anziehung aufbauen. Das ist ungefähr so, das kannst du dir vorstellen, so in den USA ist ja in der Öffentlichkeit Alkoholtrinken verboten. Und was machen Menschen dann da? Die trinken aus einer braunen Papiertüte. Und natürlich weiß jeder, dass da Alkohol drin ist, wenn da jemand im Park sitzt und sich da an so einer Tüte rumnuckelt, dann weiß jeder, auch der Polizist, dass da Alkohol drin ist. Wenn jetzt aber, also er braucht dann da nichts machen, weil halt so die gesichtslose Öffentlichkeit als dritte Entität, als dritte Person halt sich darüber nicht beschweren muss, so weil es nicht im öffentlichen Raum erkennbar ist, dass du gerade Alkohol trinkst, muss er auch nichts machen. Aber sobald du halt den Alkohol, die Flasche aus der Tüte nimmst, dann muss der Polizist was machen. Obwohl er auch schon vorher wusste, dass da Alkohol drin ist. Aber jetzt hast du es halt zu offensichtlich gemacht. Und das ist genau das Ding. So wir als Mann, wir wollen halt immer ganz gerne, dass uns Frauen sagen so, ja dann komm doch einfach mal her und jetzt sprich mich doch einfach mal an und jetzt, warum sagst du nicht, dass du mich mal treffen möchtest? Warum treffen wir uns nicht mal zu einem Date? Wir warten darauf, dass die Frau halt irgendwie das halt so öffentlich macht. Blasklare Signale aussendet, die unmissverständlich sind. Genau. Und damit, damit würde sie halt der braunen Papiertüten Theorie, diese braunen Papiertüten Theorie zerstören, indem sie halt so genau dieses Spiel spielt. So jeder weiß, was gerade abgeht. Eigentlich, du als Polizist weißt, dass ich gerade Alkohol trinke und ich weiß, dass du das weißt und die Öffentlichkeit weißt, dass ich das weiß. Aber wenn wir es öffentlich machen, ist der ganze Spaß weg. Wenn wir es öffentlich machen, dann muss halt gerade jemand handeln und genau dieses öffentlich machen, so auf den Tisch legen, das ist genau das, wo halt diese gemischten Signale, gerade so, was gerade so interessant ist, dieses Heiß-Kalt-Spiel in der Verführung, im Flirt und so weiter, wodurch das zerstört wird. Und wir wollen dann einfach als Mann ganz gerne, dass eine Frau genauso denkt, wie wir als Mann. Deswegen suchen sich dann auch viele Männer, die irgendwie einfach partout das mit Frauen einfach nicht verstehen, Frauen, die so denken wie Männer. Das heißt, sie suchen sich dann halt auch auf Frauen, die so typische Männer-Hobbys haben. Nicht, dass das irgendwie falsch wäre, aber sie suchen dann genau in diesen Kreisen und wollen dann auch irgendwie einfach einfach den besten Kumpel mit Brüsten. Ja, Kontext. Kontext. Und wenn du einer Frau das signalisieren kannst, dass du diesem sozialen Kontext bewusst bist, diesem Tanz der Verführung, das ist unglaublich anziehend. Es gibt einen großen Unterschied deswegen, ob du einer Frau zum Beispiel, wenn du auf eine Frau stehst, die du noch nicht wirklich lange kennst, aber du hast dich vielleicht in eine Frau verliebt, dann ihr dein Herz auszuschütten, die du nur zweimal getroffen hast oder deine Arbeitskollegin oder sowas, das ist nicht höflich oder respektvoll, das ist auch nicht ehrlich, weil nur weil alles, was wir sagen, die Wahrheit sein sollte, heißt das nicht, dass wir alles sagen müssen, was die Wahrheit ist. Ich erzähle dir auch nicht, wie mein Stuhlgang war. Warum auch? Das ist einfach irrelevante Information. Und einer Frau, die du halt noch kaum kennst, zu sagen, ich liebe dich, ist nicht höflich, ist nicht respektvoll, es ist einfach nicht der richtige Kontext, aber es ist nicht per se falsch. Der richtige Kontext ist, wenn ihr jetzt schon sechs Monate miteinander am Daten seid und ihr habt sehr oft miteinander geschlafen und du kennst vielleicht auch schon ihre Familie und ihre Freunde und ihr habt auch schon über die Zukunft gesprochen und ihr habt darüber geredet, wo die Reise gemeinsam hingehen wird und dann hast du einen wunderschönen Moment mit ihr erschaffen und dir dann zu sagen, ich liebe dich, ist der richtige Kontext, ist der richtige Zeitpunkt. Genauso wie Sex. Wir haben es von unserer Mutter vielleicht gelernt, weil die einzige, dieser einzige Berührungspunkt, was Sex angeht, den wir irgendwie mit unserer Mama mal hatten, war vielleicht, dass sie dich beim Masturbieren erwischt hat. Okay, und was war das für ein Gefühl? Schrecklich, peinlich, oh Gott, sie hat die Tür aufgemacht und dann, äh, und die Tür wieder zugemacht und du hattest ein Gefühl von, boah, oh nein, das ist ja peinlich und schmutzig und boah, ich fühle mich richtig dreckig gerade und der Kontext, den wir dort gelernt haben, den abstrahieren wir dann auf Sex allgemein und dann denken wir, ja, also Sex hat was Schmutziges, ich muss das immer blumig formulieren, ich darf nicht von Ficken reden oder von Vögeln reden, ich muss immer wieder von Intimwerten sprechen, ne, ähm, um, um das so höflich darzustellen und selbst das ist, ist so, uff, darf ich das überhaupt? Und wenn du da aber locker mit umgehen kannst, das spürt eine Frau, wenn du damit locker umgehen kannst, dass, dass du damit dann eben diese, diese, ähm, Mama-Weltsicht überwunden hast, die du auch überwinden musst, das ist wie von zu Hause wegziehen, das ist irgendwann einfach nötig, es ist nötig von zu Hause auszuziehen, dein eigener, dein eigenes Leben aufzubauen, es ist nötig, dass du diese Weltsicht von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wurde beim, beim, beim Selbstbefriedigen erwischt, ähm, das ist, das ist ganz schmutzig und, und darf ich nicht machen, dass du das überwindest und dann eben auch im Gespräch mit einer Frau über Sextoys reden kannst oder über Masturbation, so, Leute, ich meine damit nicht beim, beim ersten, in den ersten zwei Minuten beim, beim Kennenlernen auf einer Tagung, davon rede ich auch nicht, auch nicht von den Arbeitskollegen, dass du da irgendwelche Sachen rausspuckst, ich rede von einem romantischen Date-Kontext und in diesem Kontext kannst du auf jeden Fall auch mal über Sex mit ihr reden, dass du es nicht tust, zeigt, dass du sehr wenig Erfahrung damit hast, was per se nicht schlimm ist, aber es ist nicht okay, für dich als Mann, dass du dich selber so klein hältst, aufgrund von den Erwartungen von früher, was haben wir gelernt, als, als dann die Mama uns beim Masturbieren erwischt hat, was haben wir dann gelernt, wir haben gemerkt, oh, Sex ist schmutzig, das mache ich nicht, irgendwas mache ich hier falsch und diese Prägung, die ziehen wir dann grundsätzlich in das Thema Sex mit hinein, grundsätzlich, obwohl der Kontext hier eindeutig ist, Masturbieren, wenn die Tür offen ist, so, das ist kein guter Kontext, solltest du auch nicht beim ersten Date machen, ist doch klar, dieser eine bestimmte Kontext, den dürfen wir vielleicht vermeiden, aber das heißt nicht, dass das Thema grundsätzlich verkehrt ist, das heißt nicht, dass jemandem die Liebe zu gestehen grundsätzlich verkehrt ist und wenn du immer wieder gesehen hast, wie andere Typen mit Frauen in Anführungsstrichen respektlos umgegangen sind, weil sie sie mal verarscht haben, weil sie ihnen nicht die Welt vor den Füßen gelegt haben und ihnen die ganze Zeit nur Komplimente gemacht haben, sondern dass sie halt auch mal sie angepiesackt haben und mal so spielerische kleine Hiebe gegeben haben und wir haben gedacht, boah, dieser Typ, das könnte ich niemals machen, der ist irgendwie assi. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Der Kontext ist wichtig und er hat verstanden, was gerade nötig ist in diesem Raum. Diese Frau möchte gerne lachen, sie will leichtherzig mit mir umgehen, sie will sich gut fühlen in meiner Nähe, sie ist auch grundsätzlich oft aufgeschlossen, sich von einem Mann angezogen zu fühlen. Das heißt nicht, dass sie was machen muss. Selbst vergebene Frauen sind grundsätzlich aufgeschlossen, sich von einem Mann angezogen zu fühlen. Das heißt nicht, dass da was passieren muss. Das ist der springende Punkt. Da kommen wir zur emotionalen Unabhängigkeit. Flirten bedeutet nicht, dass da was passieren muss. Und wenn du dann flirtest, leichtherzig und du bringst sie zum Lachen, ohne dass da was passiert, weil du gar nicht beabsichtigst, dass da was passieren muss, das fühlt sich angenehm an. Das ist genau die richtige Mischung aus, hm, er mag mich, er mag mich nicht, er mag mich, er mag mich nicht, er mag mich, er mag mich nicht. Das ist das Spiel. Das ist die Fantasie von, hm, wir könnten, aber wir machen es nicht. Hm, das ist spannend und anziehend. Der Zeitpunkt ist wichtig, Männer. Der Zeitpunkt ist wichtig, wann wir Dinge tun, die manchmal voll daneben sind und manchmal genau richtig. Und wie erkennst du den richtigen Zeitpunkt, um zum Beispiel zu sexualisieren, um zum Beispiel sie zum Lachen zu bringen, um stark zu sein und sie zu beschützen. White Nights, so, die White Nights, dieses Internet-Meme, die denken halt, es ist immer der richtige Zeitpunkt, eine Frau zu beschützen. Immer, immer, jederzeit. Sobald sie auch nur in der kleinsten Gefahrenzone ist, dass ihre Würde beleidigt wird, dann kommen sie zu Hilfe und sagen, hey, das macht man nicht, die Dame muss beschützt werden und so weiter. Will sie das überhaupt? Ist das vielleicht nicht der falsche Kontext? Also, du und ich, wir sind uns höchstwahrscheinlich einig, dass wenn ein Mann eine Frau angreift, dass das nicht okay ist und dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, eingreifen sollten. Natürlich, selbstverständlich, aber der Kontext ist wichtig. Manchmal, wenn man mit einer Frau flirtet, dann gibt man halt nicht die ganze Zeit Komplimente, sondern dann ist da vielleicht doch mal ein Moment der Spannung und man streitet sich vielleicht doch so halb, so fast einen Streit. Und danach ist aber etwas total Cooles daraus entstanden, weil sie hat gemerkt, boah, das ist ein Mann, der bietet mir auch mal Paroli. Cool, wir sind auf Augenhöhe. Und das ist der Unterschied zwischen demjenigen, der sich total verbiegt für andere und dem Mann, der auch Frauen auf Augenhöhe begegnen kann. Das ist attraktiv. Den richtigen Zeitpunkt, den erkennst du, den erkennst du durch Erfahrung. Das ist das, was einfach mit der Zeit kommt. Wenn wir halt immer schauen, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, dann laufen wir wahrscheinlich Gefahr, dass wir auf die Signale der Frau achten und dann passiert genau das, was ich vorhin angesprochen habe, dann mit der braunen Papiertüte im Prinzip. Aber den richtigen Zeitpunkt, den erkennst du durch Erfahrung, indem du halt mit viel mehr Frauen sprichst und mit viel mehr Menschen sprichst, mit viel mehr Menschen flirtest vor allem und dadurch halt auch erkennst, wie verschiedene Menschen reagieren und dadurch automatisch auch dein Selbstbewusstsein aufbaust und dadurch kannst du dann im nächsten Schritt auch einfach dann den richtigen Zeitpunkt herleiten. Also nicht umsonst haben wir Geschichten davon, von Männern, die zum Beispiel auf der FMC live waren und dann einfach eine ganze Menge krasse Geschichten an diesem Wochenende erlebt haben und dann auf der Zugfahrt, da haben wir eine Handvoll Geschichten von Männern, die dann auf der Zugfahrt nach Hause dann einfach Mädels kennengelernt haben, ganz automatisch. Also was heißt automatisch? Weil sie den Zeitpunkt hergeleitet haben, weil sie an diesem Wochenende so viele Erfahrungen gemacht haben, dass sie das Selbstbewusstsein hatten, genau diese Situation einfach herzuleiten. Wo sie einfach vorher sich dann einfach vielleicht in einen anderen Sitzbereich gesetzt hätten und dann einfach vielleicht nicht mal mit der Frau gesprochen hätten, weil das ist ja gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Also auf den richtigen Zeitpunkt zu warten ist halt, wir warten auf Godot und Godot kommt halt nicht. Warten auf was? Warten auf Godot, kennst du nicht? Nee. Was ist das? Schiller, Goethe oder so? Ich weiß gerade nicht. Das Deutsch-LK hier, aber vergessen von wem es ist. Aber Godot, warten auf Godot, also das Godot in Godot ist ein anderes Wort für Gott. Und es geht im Kontext darüber, dass Gott ja tot ist, in Anführungszeichen, dass wir ja ewig warten können. Aber damit entsprechend warten wir auf den Erlöser. Aber wir lernen daraus, dass wir selber unser Erlöser sind. Aber gut, genug Deutsch-LK. Ja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet eben zum Berg gehen. Du bist halt dein eigener Erschaffer deiner Welt. So? In dem Kontext? Das sowieso, ja. Okay. Wir erschaffen unsere eigene Realität. Und wenn wir andere Ergebnisse haben wollen, dürfen wir anders handeln als vorher. Richtig. Und wenn du anders handeln möchtest als vorher, weil du die ganze Zeit Podcast-Hörer bist und du sagst, die ganze Theorie, die hört sich zwar gut an, aber das können irgendwie nur andere und du kriegst das selber nicht hin. Und du möchtest gerne mal die Theorie in die Praxis umwandeln und diese Blockaden überkommen, damit du auch in der Praxis solche wunderschönen Erfahrungen machst, wie der Philipp, der jetzt zum Beispiel mit seiner Arbeitskollegin eine Beziehung angefangen hat. Und das sieht sehr, sehr hübsch aus mit den beiden. Der Mann, der hatte auch noch nie mit einer Frau geschlafen, ist Mitte 30, kam zu uns ins Coaching und jetzt hat er seine Arbeitskollegin verführt. Wie krass ist das denn? Und da ist er nicht der Einzige. Wir haben bei uns Männer, der Raphael, der hat in der siebten Woche jetzt Dates, ist einfach so auf eine Frau auf der Straße zugegangen und hat gesehen, dass sie halt da alleine saß die ganze Zeit und hat gesagt, und, hat dein Date dich versetzt? Und dann kam sie ins Gespräch und hat gesagt, nee, nee, mein Date hat mich nicht versetzt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich begleite dich für eine kurze Weile. Sie sind zusammen spazieren gegangen, sie kamen am Dom vorbei und dann hat sie ihn gefragt, hast du schon mal den Dom von innen gesehen? Nee, komm, ich zeige dir was. Und dann hat sie ihn reingebracht und hat ihm eine Führung gegeben und hat ihm Sachen gezeigt und erklärt. Danach haben sie Nummern getauscht und treffen sich jetzt nochmal spontan, ein spontanes Date. So, was hat er gemacht? War er höflich? War er respektvoll? Ja. Aber er hat das Ganze erkannt, was in dem Moment nötig war. Er hat erkannt, da ist eine Frau, ich spüre, da ist eine Anziehung, es ist nötig, dass ich jetzt den Schritt wage und mit ihr rede. Das, mein Lieber, das ist ein Kavaliersverhalten. Er hat den Mut bewiesen. Er hat die Eier in der Hose gehabt, auf sie zuzugehen und dann passieren wunderschöne Sachen. Und wie du siehst, Verführung, dazu gehören zwei. Sie hat ihm dann ebenfalls etwas geschenkt. Sie hat ihm dann eine Tour gegeben und dadurch eben auch Anzeichen gezeigt, von wegen, hey, ich mag dich ebenfalls. Mein Lieber, es ist so viel Magie jederzeit um uns herum möglich. Und wenn du diese praktische Energie ebenfalls auch mal spüren willst und wie die Jungs bei uns solche geilen Geschichten schreiben willst, dann melde dich bei uns, kommen die kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Den Link findest du in der Beschreibung, www.flirtanalyse.de zusammengeschrieben. Musst du auch nicht in die Beschreibung gehen, kannst du auch einfach nur aus deiner Erinnerung heraus in deinen Browser gehen und das eingeben. So schwer ist die Website nicht. Wir haben sie absichtlich sehr einfach formuliert. Hier auf www.flirtanalyse.de. Wenn du Bock hast, das Ganze, was du gelernt hast, jetzt auch mal in die Praxis umzusetzen, wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und geben dir auch den nötigen Arschtritt, falls du den brauchst. Mal sanft, mal härter, wie du es eben brauchst, wie du es gerne wünschst. Mein Lieber, wir freuen uns auf deine Bewerbung zur Charisma-Analyse. Wir freuen uns auf die Geschichten, die du schreiben wirst, ob du das mit uns machen wirst im Coaching oder alleine. Das liegt komplett in deiner Entscheidungsgewalt. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine starke, schöne, wunderschöne Woche von uns beiden und wie immer, fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig.